Hilfe! Nico? Er will mich umbringen. Wer? Handy aus. Aber ich... Sonst knall ich dich ab. Nico? Nico! Du weißt, warum ich hier bin? Ich will noch nicht sterben. Oh Gott! Ich muss die Polizei anrufen. 110 Ich hab dich was gefragt. Äh, keine Ahnung. Schnell! Geht ans Telefon! Was habe ich ihnen getan? Du hast mein Leben zerstört. Und jetzt zerstör ich dein Scheißleben. Gehst du ran? Nein, geh du ran. Warum geht keiner ans Telefon? Aber mein Leben ist nicht scheiße. Ab jetzt schon. Du. Nein, du. Niemand wird dich je wiederfinden. Das dürfen sie nicht. Wer sollte mich aufhalten? Nein. Nein. Du. Nein. Nein. Du. Du. Nein. Du. Wovon träumst du eigentlich nachts? Niemand wird dich retten. Okay, ich mach's. Aber nächstes Mal bist du dran. Ist da die Polizei? Nee, Pizzeria Müller. Was? Wer dumm fragt, kriegt dumme Antworten. Aufgelegt? Er hat einfach aufgelegt? Wieder ein Scherzanruf. Eine Frechheit. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Zu jung, um zu sterben? 1-1-0 Ich glaub, ich spinne. Jetzt bist du dran. Ich hab echt null Bock. So jung, siehst du gar nicht mehr aus. Mein Haarausfall ist genetisch bedingt. Notrufzentrale der Polizei. Sie müssen sofort kommen. Es geht um Leben oder Tod. Das behaupten alle Anrufer. Wo sind sie? Äh, ich bin zu Hause. Er behauptet, er sei zu Hause. Sie können mir glauben. Junger Mann, hören Sie mal zu. Diese Nummer ist nur für Notfälle. Das ist ein Notfall. Nico schwebt in Lebensgefahr. Wer ist Nico? Deine Halbglatze ist mir scheißegal. Ich bin nicht für Haarpflegetipps gekommen. Nico ist mein bester Kumpel. Schön für Sie. Und was, was hat das mit uns zu tun? Sie müssen sofort losfahren. Wir müssen gar nichts. Er geht nicht mehr ans Telefon. Jede Sekunde zählt. Sein Kumpel geht nicht ans Telefon. Die Leute rufen echt wegen jedem Scheiß an. Du machst jetzt ganz genau, was ich dir sage. Und keine falsche Bewegung. Was für ein Telefon hat er denn? Äh, ich glaube ein iPhone 7. Und da wundern Sie sich. Das Ding ist uralt. Ich mache alles, was Sie sagen. Aber bitte bringen Sie mich nicht um. Sie müssen sofort losfahren. Sonst stirbt Nico. Sie haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Sein Akku war nicht leer. Seine letzten Worte waren... Hier kommen meine letzten Worte. Auf Wiederhören. Hör auf zu betteln. Wir sind hier. Wir sind hier nicht bei. Wünsch dir was. Warten Sie. Legen Sie bitte nicht auf. Nennen Sie mir einen guten Grund. Sonst rufe ich gleich nochmal an. Okay. Punkt für Sie. Okay. Aber kommen Sie jetzt endlich zur Sache. Du ziehst dir jetzt ganz langsam deine Schuhe an. Warum? Was haben Sie mit mir vor? Wir zwei machen jetzt eine kleine Reise. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe keine Urlaubstage mehr übrig. Mann, bist du Deutsch. Das dürfte wirklich dein geringstes Problem sein. Hallo, sind Sie noch da? Abonniere hier schnell den Kanal. Und dort geht's weiter mit Deutsch. Untertitelung des ZDF, 2020